Kommissar Rex, Gedeon Burkhardt, der Schauspieler lebt in einer glücklichen Dreierbeziehung. In der beliebten TV-Serie, Kommissar Rex, spielte sich Gedeon Burkhardt in die Herzen vieler Fernsehzuschauer. Privat fliegen dem Schauspieler gerade zwei Herzen zu. Er lebt in einer glücklichen Dreierbeziehung, wie er dem Promi-Magazin Bunte erzählt. Und ich bin hier jetzt nicht der große Sampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit, so Burkhardt. Er lebt in Berlin mit Ann-Britt Dittmar und Sascha Veduta in einer großzügigen Altbauwohnung zusammen. Und unlängst zog auch noch Gedeons Mutter Elisabeth von Molo dort ein. Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels Schock verliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, sagt Burkhardt. Gedeon Burkhardt lebt mit zwei Frauen zusammen. Eine seiner beiden Frauen, Sascha Verruta, kommt aus der Ukraine, war zuvor eine Fernbeziehung. Doch aufgrund des Kriegs in der Ukraine urplötzlich zu einer deutlich festeren Lebensgemeinschaft geworden. Sascha hatte mich zwei Wochen vor Kriegsbeginn besucht und konnte dann natürlich nicht mehr zurück, erklärt Burkhardt Bunte. Jetzt lebt sie notgedrungen bei mir in Berlin, was wir andererseits natürlich genießen. Gedeon Burkhardt, der albanisch-italienische Wurzeln hat, steht seit den 80er Jahren als Schauspieler vor der Kamera. Er wurde am 3. Juli 1969 in der bayerischen Landeshauptstadt München geboren. Sein Stern am Schauspiel Himmel erstrahlte bei seinem ersten Auftritt in der deutschen Komödie. Kleine Haie, aus dem Jahr 1992 an der Seite von Kai Wiesinger und Jürgen Vogel. Von 2007 bis 2008 war er als Kriminalhauptkommissar Chris Ritter in der Fernsehserie. Alarm für Cobra 11, zu sehen. Außerdem arbeitete er bereits einige Male als Synchronsprecher. Beispielsweise als deutsche Stimme für berühmte Hollywood-Schauspieler wie Kino Reeves und Soakin Phoenix. Gedeon Burkhardt war im Laufe seines Lebens einmal verheiratet. Die im Jahr 1996 geschlossene Ehe hielt allerdings nur knapp vier Monate. Bevor sich das Paar wieder scheiden ließ. Am 13. Juli 2004 kam seine erste Tochter zur Welt. Die er mit seiner ehemaligen italienischen Freundin Philomena Lennecan zur Welt brachte. Seitdem hatte er weitere Beziehungen, die aber nicht hielten.